Also ich mag Korinthioprodukte, Schlafsäcke und zum Beispiel auch diese Jacken hier. Das ist die MiG 3.0, das ist die MiG 2.0 und ich habe auch noch ein paar Hosen. Aber bei den Jacken, da habe ich ein ernsthaftes Problem mittlerweile und wenn du wissen willst, was das bedeutet, dann bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der Rainer Ross vom Survival Shop Überlebenskonsum. Schön, dass du dabei bist und MiG 2.0, MiG 3.0. Aber ich fange bei der MiG 2.0 an. Da war ich noch ein paar Kilo leichter. Das heißt, das war noch eine L. Jetzt ist es ein XL, aber das ist gar nicht der Punkt. Die hatte ich noch in Schwarz und mit der Zeit hat sich der Zipp hier aufgelöst. Also du kannst das sehen, also der Zipp ist kaputt. Der Zipp ist definitiv kaputt und das liegt nicht daran, dass ich ein Dummkopf bin, sondern es hat sich einfach mit der Zeit so ergeben. Ich hatte die 2,5-3 Jahre, so was schätze ich jetzt mal im Einsatz. Das ist so, wenn du dann den Zipp da reingeben willst, dann zieht sich der durch. Und er ist kaputt geworden und ich habe nichts dabei gedacht. Es ist dann auch so, dass genau an dieser Stelle hier, ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst, der Zipp da auch abknickt. Das liegt daran, dass du die Jacke vielleicht nicht ganz zu hast. Du magst unten zu. Gib mir ein bisschen Geduld, gib mir ein bisschen Zeit. Du hast sie noch ein bisschen hier offen und dann hängt das hier und das weidet sie aus und wird kaputt. So, das ist die MiG 2.0. Jetzt ist sie kaputt geworden und ich habe mir nichts dabei gedacht und habe mir gesagt, ich mag das Konzept und es ist ja wirklich federleicht und schön warm und super und wunderbar und du kannst es schön komprimieren. Ich mag diese Jacke wirklich wahrlich. Und jetzt ist bei dieser MiG 3.0, die ich jetzt habe, ich möchte was zeigen. Hier habe ich halt jetzt in grün und in XL. Aber das ist nicht der Punkt. Schau mal her, da ist der Zipp und ich nehme das und schau dir was an. Da passiert genau dasselbe. Das heißt, der Zipp hier an dieser Stelle macht bei der Generation 2 und jetzt hier bei der Generation 3 genau dasselbe nach kürzester Zeit. Also kürzester Zeit, ich meine, okay, muss fair sein. Die habe ich jetzt drei Jahre, also die dritte Saison jetzt hier. Aber wir haben jetzt jener, Anfang jener. Jetzt beginnt die sich aufzulösen, schau. Der Zipp ist im Ahr. Und hier an der Stelle beginnt es auch schon auszufasern. Also, jetzt mag ich einen Rundbrief sozusagen oder eine Rundfrage hier machen. Geht dir das auch so? Hast du diese Jacke? Und passiert dir das auch, dass genau das hier passiert? Vielleicht bin ich ja ein Dummkopf und mache irgendwas falsch. Könnte ja sein. Weiß ich nicht, ja. Aber dann habe ich noch einen zweiten Dummkopf in meinem Bekanntenkreis zu sagen, nämlich den Dr. Thomas Giergis, der mit mir die Erste-Hilfe-Kurse macht. Gebe ich der billige Eigenwerbung den Link auf unseren Erste-Hilfe-Kurs. Und der hat auch so eine. Und du hattest ja auch gedacht, super, bla bla bla. Und hat sie auch andauernd an. Also schau, da muss man auch was dazu sagen. Wenn ich die Jacke hinhänge, meine Frau hat übrigens auch eine MIG 2.0, und die hängt irgendwo. Und dort hängt sie und dann passiert auch nichts. Die funktioniert noch. Aber wenn du das häufig an hast, und ich habe die häufig an, in der kalten Jahreszeit, und dem ist genau dasselbe passiert, auch bei der MIG 3.0. Und jetzt ist halt für mich dann der Punkt, wo ich sage, okay, wenn das eine Billigstorfer Jacke ist, die ich ja auch immer wieder vorgestellt habe, ich gebe da oben den Link zu einem, die 50 Euro kostet, dann sage ich, okay, wenn die nach zwei Saisonen hin ist, oder auch wenn sie nach einer Saison hin ist, das ist vielleicht umwelttechnisch, ökologisch, rohstofftechnisch absoluter Wahnsinn, klar. Aber dann sage ich, vom Preis, den ich bezahlt habe, okay. Nehmt du aber hier 300, 350 oder wenn sie ganz neu rauskommt, 400 Euro am Tisch legst, und nach zwei Saisonen oder nach zweieinhalb Saisonen kannst du sie in den Müll werfen, dann ist das genauso Umweltverschmutzung, Ressourcenverschwendung. Ja, auch wenn es vielleicht nicht aus China kommt, sondern in der EU produziert wird. Aber trotzdem, und ich habe 400 Euro in den Sand gesetzt. Und das ist so der Punkt. Liegt das nur an mir, und das ist jetzt nämlich die Frage, die ich hier in den Raum stelle, liegt das nur an mir, oder hast du diese MIG 2.0, 3.0 oder jetzt auch die 4.0, wobei die ist zu frisch, um da etwas zu sagen, und hast dieses Problem auch. Das würde mich ernsthaft, wahrlich interessieren. Schreib mir bitte unten einen Kommentar. Und auch, wie oft du sie anhast. Und mit oft meine ich, ich bin mir sicher, du hast keine Stricherlisten. Aber wie häufig hast du sie an? Hast du sie dann täglich an, oder einmal in der Woche, oder einmal im Monat, oder sie hängt im Kasten und schaut dort cool aus, was total in Ordnung ist. Ich habe auch Kleidungsstücke, die einfach da hängen, und ich habe mir gedacht, ist cool. Aber, weißt du, du hast sie im Einsatz, und sag mir, wie es bei dir mit dem Zipper ausschaut. Das war's. Ein ganz kurzes Video. Bitte unten einen Kommentar schreiben, da würde ich mich wirklich, wirklich wahrlich freuen drüber. Link zum Erst-Hilfe-Kurs und zu anderen Dingen natürlich eh ganz klar billige Eigenwerbung. Abo, paar andere Videos. Danke, bis bald und ciao.